moin leute und willkommen zurück zu einem neuen let's play wieder natürlich auf den alten server von hivmc aber wir spielen diesmal run def oder rennen defrun genau das war falsch herum aber das war ja okay man muss richtig machen so 35 los ich habe keine ahnung was man bei das machen muss ich dann nur in der beschreibung dass man rennen soll soll mein leben rennen aber ich habe keine ahnung wovor also steht da nur rennen um dein leben sonst wirst du sterben oder so statt der unterschreibung aber ja und wenn wir gleich mal sehen was sie ist ja sie kommen noch 3 1 ok was los hier kann noch nicht ran ok ich weiß nicht was hier gerade los ist ok ja ok ich sehe es naja ach so dass sie sich vorschauen was ich wahrscheinlich machen muss oder so ja ok ready ok ok ich bin bereit was ist das eigentlich die ganze zeit hier ok so was gibt es hier so ok das hört man wahrscheinlich auch im video aber was ist das ok egal noch sechs sekunden dann geht's los ich gehe einfach mal nach die Richtung go go ey das wäre mies wenn ich jetzt schon verkacken würde yo was war das denn oh ich glaube wasser ist tot nicht mit mir ja jetzt komm geh mal ein bisschen schneller ja ich sehe nichts ja ich sehe nichts oh jetzt geh du ich sehe nichts geh weg da geh weg von mir ja ok ich bin nicht gut in Jump'n Rums nein ich wusste es doch komm ich denn hoch oder was wie kann ich jetzt hier wieder raus was ist das denn ich komm ja nicht mehr raus ich hab mich in die wand gebackt Manni 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 ist klar ok Runde voll gefällt ja super geh ich als einzigster fliege runter sterbe nicht ich hab's irgendwie überlebt und hab keine Ahnung wie ich jetzt hier rauskomme ja wir sehen uns gleich nach einem kleinen Cut wieder so und wieder zurück und ich bin fast lege gewesen das war aber schön ja keine Ahnung woran das davor lag aber egal diesmal wird es klappen offensichtlich ich werde diese Fälle hiefer nicht wieder hinlegen ja mal sehen wie es wird äh äh 1004 Sekunden na super Mann, 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 Mann oh guck dir den mal an der sieht aus wie hm weiß ich nicht dunkel halt Dunkelheit schwarz weiß schwarz weiß hehe und das ist der für einer ich guck mal jetzt hier mal in der Zeit die Skins an solange die Zeit noch abläuft ööh Egal ähm joh dann müsste das jetz gleich wieder gehen und ich hoffe diesmal wird es dann noch besser Gucken wir uns mal die Regeln an Ja, respect, tag, lose, glitches, troll traps, be a nice chat, no less reading, for rules, ja, füllt, toll, jetzt weiß ich die Regeln, aber in und auswendig, wie sind schwer, Standard-Volge, ah geil, 80 Sekunden geht's los, ja egal, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, so, let's go, 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 Oh nein, jetzt kommt die Vorschau wieder, ist ja geil, das heißt, ich will hier angucken, ah nee, die Map, nee, nein, bloß nicht die Map, die hatte ich schon mal, die ist kacke, da bin ich direkt kaputt gegangen, habe ich nicht geschafft auf der Map, wo ich direkt in eine Falle reingehe, dann wäre ich wieder tot und dann kam ich nie wieder weiter, man, das könnte echt eine lange Folge werden, so wie es dann aussieht, wenn ich hier Jump'n'Runs erledigen muss, weil ich bin kacke, schade, Jump'n'Runs, jump'n'Runs, so, schon direkt Sprachvieler, was hat die da auch im Kopf, Tee oder was, ein Hammer, sieht aus wie ein Hammer, hi, Hammer, naja, die Platten, Gold Platten, was geht los, Ich werde einer drückt, gleich voll auf die Falle, ja, war doch, klar, voll auf die Falle geklickt Oh mein Gott, was war das, nee, ist doch noch ein Hammer, Stage 2 Ja, war doch, klar, oh, nee, egal, ich bin bei Stage 2 Boah, das war echt knapp Oh mein Gott, ey, sind die hinter mir hochgegangen Okay, rüber, wofür es auch wieder passiert hier Und ab in Stage 3 Oh, ii, 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 das hätte ich beinah nicht gesehen Komm ich da rüber? Mit Sprung, okay Ich bin nicht Grunner Ich wette, ich gehe hier gleich noch irgendwo drauf Ach, da unten, live, 6 Leben Deswegen habe ich, könnte das sein, dass ich vorhin nicht mehr gespawned bin Ja, das könnte sein Naja, egal Vielleicht schaffe ich das mit den 6 Leben ja noch Wow Nein Äh, 4 Leben noch Ja, wie das denn? Das ist doch mies Ja, scheiße gelaufen Ist doch mies, ey Jetzt habe ich noch drei Leben Sieht nicht gut aus für mich Ha Ich wusste Oh, verdammt Ich wollte schon sagen, ja, ich wusste es Aber nicht hin Man, schade Egal Ich hätte fast gar nicht geschafft Nächstes Mal vielleicht Also da Platz Erster Platz Ja, aber klappt Na egal War lustig War lustig Ähm, Mann, ey Fail Vor allem die Sache auch noch Ha Und dann falle ich selber da rein Man, ey, nee Das geht doch nicht Ähm, ja Ich glaube, das war es dann mit dieser Folge Und ja Wir sehen uns zum nächsten Mal Vielleicht schon wieder zu einem anderen Let's Play Vielleicht in MyRoss Wir werden es sehen Wie stand Bis zum nächsten Mal Ein Александ Wir werden mit diesem Wie stand Wir werden es